We've been up for way too long, but I don't wanna come down Caught up in a long free fall, you got me off of the ground Hello and good morning Wonderful good morning Es ist der zweite Tag, heute ist Sonntag und es ist mittlerweile 11 Uhr So, wir müssen was los Es ist schon ein bisschen spät Aber nein, wenn wir alle zweit sind Außerdem ist die Sonne noch gar nicht draußen Und wir machen jetzt erstmal ein paar Picks Ja, ist der Plan Und dann geht es weiter, dann holen wir uns erstmal irgendwas zu essen oder so Und schauen mal, weil sonst verhungert die hier Dann gehen wir auf den Fluma Stimmt, ich hab schon wieder einen Plan vergessen Und dann probieren Cara das erste Mal Matcha in ihrem Leben Und dafür gehen wir extra zu einem Café, die nur, gefühlt nur Matcha machen Und so Das wird geil Ich freu mich drauf, weil irgendwie hat sich das bisher noch nie ergeben Wenn ich so die Wahl hatte, hab ich einfach keinen Matcha genommen Voll geil, oder? Ja Und Aber okay, das ist wie Yonah, das ist eh schon zu spät Aber eventuell drehen wir einen Q&A Aber keine Ahnung, wann wir das dann machen, müssen wir mal schauen Vielleicht morgen Ja Oder vielleicht heute Abend, der versucht, bevor wir feiern gehen Drunk Q&A Das wird ein bisschen spicy wahrscheinlich Jetzt werden Fotos gemacht Super Wir machen jetzt gerade hier Fotos und Also es sieht halt einfach so nice aus Meine Kamera, doch jetzt belichtet sie Wir können einen Outfit-Check machen Oh ja, machen wir mal Sollen wir dann für die Kamera aufstellen? Ja, ich weiß aber gar nicht Ja Also Schuhe sind Converse Ähm Hose Asos glaube ich Fängt schon mal gut an Ähm Shirt ist Sarah Einfach so Basic-Ding Weil Leute, ihr dürft nicht Ich rede so gemeinig Mach's extra für die Kamera Ich meine, das ist Yoke ist vernackled Ja, wir hatten Ich hoffe, das versteht man Ja, versteht man Also ich verstehe es auf jeden Fall Yoke ist vernackled Asche ist Valentino Oh Das war es unglaublich, oder? Ja, ich glaube das Und Schmuck Von überall Ich weiß es nicht Ja, ist bei mir auch immer so Sehr cool We like, oder? Also ich finde, ich würde dem Outfit Eine 10 von 10 geben Ist cool Danke Aber Iva ist halt auch eine 10 von 10, ne? Uh Let's go Ich glaube, die kennen meine Outfits mittlerweile schon Schuhe Okay, das ist neu Aber die sind sehr geil Die habe ich auch Nur Naht Ich mag die auch sehr New Balance Wie heißt die Nummer? C? Weiß ich nicht 3002TC oder so Keine Ahnung Okay Hose ist Naked Sehr cool Auch wirklich sehr Ich habe mal ein bisschen Angst immer, dass ich sie dreckig mache Mhm Sieht cool aus T-Shirt ist von Peso Wow Es ist nicht seins, aber er hat es mir geschenkt Wow Finde ich sehr süß Die Ohrringe sind auch von Naked Sehr cool Hm Schmuck Hm Keine Ahnung Also die Ohr werde ich auch oft gefragt Die ist von Rosefield Mhm Das Armband ist von so einer Marke Da weiß ich den Namen nicht, aber ich finde es richtig geil, weil hier steht Everything happens for a reason dran Und das ist so wirklich mein Lieblingsspruch Das ist von Pandora Aber das ist ehrlich gesagt ziemlich abgenutzt Das trage ich auch schon seit zwei Jahren Und der Rest Die Kette ist von Bruna Das ist von Ja, keine Ahnung Von überall Aber auf jeden Fall coole Marke Cool You look Good Jetzt machen wir hier noch ein paar Pictures, ein paar Videos Oh, du filmst die ganze Zeit mit Ja Und dann geht's ab in die City Wir sind jetzt durch mit Bilder machen Und jetzt Wohin gehen wir zuerst? Zum Flohmarkt? Oder Mal zuerst was Ah, zuerst essen, ja Zeit für Brot, oder? Da können wir uns sowas holen Und dann gehen wir zum Flohmarkt Und nach dem Flohmarkt gehen wir erstmal Matcha trinken Ja, ich bin echt sehr sehr gespannt darauf Brandenburger Tor Oh ja Das müssen wir heute auch machen Ja, Brandenburger Tor Das ist wie die richtigen Touris Ja, da machen wir dann erstmal so Velt Ja, oh ja Das machen wir Ihr seht grad richtig süß aus zusammen Also, das ist der Vermieter von der Wohnung Ich kenn ihn aber nicht Hör auf Das ist halt so verrückt, weil Ich mein, wir sind ja grad einfach bei ihm zu Hause Und ich kannte ihn nicht mehr davor Als ich hergekommen bin Aber ihr seht aber gar nicht Ich mach ein Foto von euch Das stimmt, ihr seid grad bei mir zu Hause eigentlich Das stimmt ja nicht Ja Hallo, schaut mal süß Wie crazy sind diese Türen bitte Also, die sind hier überall Dieses Treppenhaus ist so schön Ich zeig's euch jetzt gleich nach unten Wir haben's jetzt auch mal geschafft loszukommen Und jetzt geht's erstmal gleich zur Zeit für Brot Obwohl wir einen in Frankfurt haben War ich da noch nie Wie schön ist das hier bitte? Wir sind jetzt bei Zeit für Brot Wir haben einmal hier so ein weiße Schokolade Himbeer Dann haben wir jeder so ein Brot Ach, das ist ja ganz gut Das ist meistens nice, glaube ich Ah, okay Oder haben wir das... Ah, ne Was hast du genommen? Geil Sieht sehr nice aus Wir sitzen hier einfach in der Sonne Also, wie viel Glück habe ich bitte, dass ich ein sonniges Berlin hab? Du hast wirklich viel Glück, weil sonst ist hier immer schlechtes Wetter Ja, wir hatten gestern Sonne, heute Sonne Es ist ein Traum Okay Ich hab grad schon mein Brot leer gegessen Und es war wirklich... Es war sehr nice Delicious Ich hatte das mit Ofengemüse Gibt's einen in jeder Stadt die gleichen? Ich glaube War auf jeden Fall sehr lecker Der ist auch mega gut Aber diese Zimtschäcke Also ich hab die mit weißer Schokolade und Himbeer Die ist so krass Was gibst du der Zimtschäcke? Schon ne 10 von 10, oder? Das ist ne 10 von 10 Also ich hab die normale Ich probier die jetzt einmal Ja Normal, also die sind alle geil Ich find die echt... Ist halt auch so Da hat man halt so dieses Zimtige Ja Das ist halt hier nicht so sehr Aber... Geil Das ist so geil Auch die Kombination, also holt euch genau das Ich find's auch geil Und wir sitzen hier so, so, so schön Mega nice Okay, wir sind jetzt am Bogatoa Wow Yay Ich muss sagen, es ist halt schon viel los Aber ich hätte mehr erwartet Mhm Weil es ist ja Ostern Und dieses Satellite ist halt einfach geil Und hinter uns ist wieder ein verrückter Aber das ist normal in Berlin Ich weiß auch nicht, was ist mit dem los? Er macht uns ne kleine Show Wow Wow Jetzt heißt die Straße des 17. Juni Ja, das war... ja, das weiß ich Und weißt du auch, was das bedeutet der 17. Juni? Das ist hier der Reichstag, dem Gentil Ja Der wurde nach 10-jähriger Bauzeit um 1894 fertiggestellt Ich war oben in der Gruppe Ah, wie cool Frühstücken, ne? Bei Käfer, ne? Kann man einfach so hin? Ne, da muss man sich anmelden, ne? Ah, ja Und das Ganze haben die Architekten genannt Das Band des Bundes Mit dem symbolischen Brückenschlag Über die Spree hinweg von West nach Ost Das ist symbolisch Ist es cool auf den Fernsehturm zu gehen? Also es ist schon sehr spektakulär Aber es ist sehr teuer Okay Und sehr lange Wartezeiten Wie viel kostet das? Das ist aber schon sehr, sehr teuer Da gehen wir dann lieber auf den Ja, also am besten wenn ihr Geld fahren wollt Dann geht ihr auf das Schloss Auf das Schloss Auf das Schloss Das ist so umsonst Da kann man so ein Aufzug umsonst hochfahren Ja Und da hat man zwar nicht einen hohen Ausblick Aber einen schönen, ne? Ja Das ist so eine Alternative Der Fernsehturm ist zwar spektakulär Aber man ist so hoch Berlin wurde ja künstlich am Leben erhalten Das lag ja als Insel im kommunistischen Staat Und das wurde hoch subventioniert Ich brauchte eigentlich nur die Hand aufzuhalten Und haben was, ne? Mhm Wenn ich einen Job brauchte Habe ich nur die Zeitung aufgeschlagen Und dann, ja Ja Mir einfach ausgesucht Ich hab angerufen, hatte ich den Job schon Ohne dass sie mich gesehen haben Krass Und wenn ich keine Lust mehr hatte zu arbeiten Habe ich mich sechs Wochen krank schreiben lassen Und den nächsten Job genommen Krass Das war ein Unterschied Das ist natürlich ein anderes Berlin Das ist teuer geworden Ja, das Problem sind die Wohnungen hier Mhm Schöner Blick Schöner Blick Ja Und wer war der wichtige Mann? Oh Das ist jetzt peinlich Von Tausmutter ist da oben Steht da Bismarck Oh ja, klar Das hatte ich keine Ahnung wie oft in der Schule Und ich fand's trotzdem Ja und vergiss das so schnell Das ist so schlimm Aber ich kann mir auch keine Namen merken Ich hätte irgendwas mit Blut gegeben Ja Bismarck Ja natürlich Das sind hier allegorische Figuren Das ist hier Siegfried Aha Der schmiedet das Schwert für die Reichsgründung Aha Der lebt ja eigentlich im Mittelalter Wenn er überhaupt lebt Vorne noch drei andere allegorische Figuren Aber erst erzähle ich euch mal die Geschichte von der Siegessäule Okay Also der Spitzname der Dame ist Goldelse Mhm Die heißt aber eigentlich Viktoria Das ist die Göttin des Sieges Ja und rechts die Frau mit dem wilden Tier Die zähmt sozusagen, die zivilisiert Das ist die Zivilisation Und in der Mitte der Atlas, der trägt die Last der Welt Die Verantwortung Aber damals war das was So jetzt haben wir Also eine krasse Geschichte habe ich erlebt Da wäre ich fast erschossen worden Bin ich froh, dass ich noch lebe Okay Und zwar hatte ich da so ein junges Pärchen auf Hochzeitsreise aus dem Iran hier in der Rikscha Ja Und die wollten am Ende zum Pergamon Museum Auf der Museumsinsel In welchem Jahr war das dann? Das war Ungefähr Ja Vor fünf, sechs Jahren etwa Ja Und da war der alte Eingang noch da Über die Brücke musste man ins Pergamon Museum Und genau gegenüber wohnt Frau Merkel Ja Ja Heute noch Da steht immer ein Polizeiauto davor Am Kupfergraben heißt die Adresse Mhm Und dann bin ich ausgestiegen Bin ich da angehalten Habe ich angehalten Und in dem Moment trat die Merkel im Abendkleid Auf die Treppchen und wartete auf den Fahrdienst Mhm Ja Und die hatte so ein Abendkleid Das konnte ich dann am selben Abend in der Tagesschau sehen In Bayreuth So die Eröffnung der Wagner-Festspiele Mhm Und ausgeschnittenes Kleid hatte die an Und ich sage meinem Fahrgästen Das ist unsere Bundeskanzlerin Und der junge Mann Sehr arabisch aussehend Sprang aus der Rikscha Mit so einer Videokamera So dicht auf die Merkel zu Oh mein Gott Und ich dachte ich werde jetzt erschossen Als Terroristen-Chauffeur Und der Sicherheitsdienst hat nicht reagiert Merkel war total beherrscht Stinksauer Ging die Mundfalten so runter Aber war beherrscht Und der junge Mann Sich keiner Gefahr bewusst Kam zu mir wieder Zeigte mir stolz Die Nahaufnahmen von Frau Merkel Das war ein krasses Erlebnis Eins Ja Aber da muss man ja echt aufpassen Aber wie nah waren Sie dann an der Frau Merkel dran? Ja ich habe da gehalten Das war so eine kleine Straße Ich habe hier Hier war das Bergermann-Museum Ja Ja Da waren wir gestern auch Weißt du Diese Museumsinsel Dann über die Brücke drüber Ja Also bei der Museumsinsel Die Brücke drüber Da ist ja das Bergermann-Museum Ja 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 Das ist die alte Brücke Die führt dann genau auf das Haus So ein großes orangenes Haus Da wohnt die Frau Merkel Und das Haus das ihr da seht Mit dem Mercedes-Stern Ja Das ist direkt neben der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Ja genau Ja Das ist das Europa Center Ja Das war das erste amerikanisch geprägte Einkaufszentrum Ja In West-Berlin Damit hat man dem Osten neidisch machen wollen Ja Das auch die Das sind die Rooftop-Bars Ah Also auch hier so Genau Ihr könnt gleichzeitig wie ihr da hingehen könnt Ihr müsst nicht so weit laufen Ja Cool Und hier ist der Eingang zum Biergarten am See Das ist der größte Biergarten in der Stadt Und dieses alte Haus Das ist die Botschaft von Spanien Mhm Ja Das Interessante an Berlin ist, dass man sich immer neu überraschen kann Man kann sich selbst als langjähriger Bewohner wie ein Tourist fühlen Ja Okay, verstehe Habe ich besonders in der Corona-Zeit gemerkt Da konnte ich ja nicht arbeiten, waren keine Touristen hier Ja Habe ich jeden Tag eine Fahrradtür hier gemacht Von fünf, sechs Stunden Ach krass Und immer wieder neue oder Plätze besucht, die ich schon 10, 20, 30, 40 Jahre habe Ja Ja Das ist das Spannende Man entdeckt immer was Neues Genau Und ich mache das sowieso Ich fahre nie immer nach Möglichkeit dieselben Strecken Wir haben gerade unsere schöne Tour gemacht Und es war einfach Wir hatten so Glück mit unserem Fahrrad, weil der einfach so viel Wissen hatte Und jetzt sind wir Welcher Flomag ist das? Ähm Weiß ich nicht Aber das ist hier Charlottenburg am Zoo in der Nähe Genau Also man erkennt es ja auch einfach daran Okay, da vorne ist Okay, da ganz hinten ist Telekom Gebäude Aber da hat man so einen Blick drauf Und ja, jetzt schauen wir hier ein bisschen Oh, guck mal Cool Ein bisschen dreckig Okay, wir probieren gerade Sonnenbrillen an Oh ja, die Die sehe ich bei dir Oh ja Ja Mega, guck mal, ich zeig dir das mal Schau mal hier rein Geil Geil Ja, das steht mir für mich Das finde ich toll Wir hatten eben beide die Brillen an Obwohl, nee Nee Die ist es eigentlich schon Zehn war besser Ich hab sie Ich hab sie Oh, ja Doch, das sehe ich richtig bei dir Also ich glaube so So gehen wir heute an den Club Ja Wir sind jetzt gerade in Berlin-Mitte Glaube ich zumindest Und wir gehen jetzt in diesen Matcha-Laden Eva will mir ja Matcha zeigen Und jetzt So, jetzt führe mich mal in die Welt des Matcha Wir probieren, wir haben jetzt erstmal Matcha Und wir sind jetzt extra eine halbe Stunde hier Ja, wir sind wirklich eine halbe Stunde näher gefahren So Wir haben jetzt beide Also, ja Es hat jetzt wirklich Nicht mehr so viel mit Matcha zu tun Hat Eva gerade auch schon gesagt Aber mal schauen Ich glaube sie hat sich Ja genau Der heißt Summertime Forever Matcha Wir sind hier gerade bei Matcha-Sum Falls euch das interessiert Und ich hab den genommen mit Dragon Nee, Pink Dragon Matcha Yes Okay, ich muss jetzt einen Taste-Test machen, ne Jetzt hab ich's halt wirklich voll Zemmisch Ja Schmeckt ganz geil Hi Eva 4 Kilometer Ja Not sure Das muss wirklich sein Das Ganze ist geil Ja Ja Also, Franzisko hat uns jetzt auch noch besucht Wie fandest du deinen Matcha? Der Matcha ist sehr, sehr gut Ja, ne? Ja Wir waren auch sehr happy mit dem Matcha Nein Jetzt überlegen wir gerade, wo wir essen gehen Ich finde es asiatisch Hört man eigentlich ohne Mikrofon Du hast ja gar kein Mikrofon Ja, ich mach das immer so Echt? Ja, okay Also manchmal Fass ich halt auch dumm aufs Mikro Aber fass ich halt eher an hier Ich weiß aber gar nicht genau, wo Ist es wahrscheinlich hier, oder? Ja, ich glaub auch Aber ich glaub, du musst das so ein Puschel dann machen Ja, aber eigentlich geht's gut Wir haben hier den Süßes geplatzt Im ganzen Laden Wir sind jetzt hier Und ich kann noch nicht viel dazu sagen Wir sind gerade dabei, jetzt alles auszuwählen Und man schreibt einfach hier drauf Was man will Das ist so kompliziert Ja, das ist echt Das ist so kompliziert, ja Aber es hört sich alles sehr gut an Also mal schauen Okay, wow Wir haben jetzt unser Essen bekommen Und es sieht sehr nice aus Leute, es ist so schön Schaut euch mal bitte den Sonnenuntergang an Natürlich auch die beiden hier Aber ich war nur an den Sonnenuntergang Es sieht so nice aus Der ist so wow Der ist so heftig Hallo Boah, ich find ich seh grad so fertig aus Aber ich wollte euch nochmal kurz updaten Und ein kurzer Reality Check Boah, ich seh wirklich Ich weiß nicht, ob das grad am Licht liegt Aber ich find ich seh so blass aus Es ist jetzt halb eins Und eigentlich wollten wir ja heute richtig nice feiern gehen Aber bei mir wurden meine Halsschmerzen irgendwie wieder schlechter Weil wir reden halt auch einfach hier sehr viel miteinander Was jetzt nicht unbedingt gut für meinen Hals ist Aber wir trinken trotzdem sehr viel Tee und wir versuchen trotzdem so uns immer wieder auch Pausen zu nehmen Und es wäre einfach Also wir hatten beide an sich halt mega Lust Aber die Halsschmerzen, es war dann klar, dass wir es nicht machen werden Und es war auch jetzt die richtige Entscheidung Weil sonst hätte es mir morgen bestimmt nicht gut gegangen Es ist halt einfach verrückt auch, dass wir jetzt beide Halsschmerzen haben Und es war ja auch so Also ich hab sie ja nicht angesteckt Sie hat das ja schon bevor ich hierher kam Wir haben beide so ein bisschen Und bei ihr ist sie jetzt auch schon fast schon weg Also bei Eva, wenn ich ihr sage Keine Ahnung, ich bin gerade auch so ein bisschen verpeilt Oder auch nicht verpeilt Aber ich stehe so ein bisschen neben mir Aber deswegen ist es voll okay Aber es ist einfach natürlich ein bisschen sad Weil wir vor allem theoretisch heute bei so einem nice Club Standen wir jetzt auf der Gästeliste Und wir wären da einfach reingekommen Und es wäre schon sehr cool gewesen Aber it's okay Ich versuche mir in so Momenten immer zu denken Das alles aus dem Grund passiert Und natürlich ist es jetzt nichts Schlimmes Aber natürlich wäre es cool gewesen Nur, dass man das verstehen kann Ja, genau Und jetzt sitze ich hier gerade noch auf der Couch Eva war bis eben auch noch da Aber wir dachten jetzt vielleicht auch mal ganz gut Dass wir uns ausholen, ruhen und schlafen Und ja, dann geht's morgen weiter Und ich finde es hier wirklich Es ist einfach so, so, so schön Diese Wohnung ist so ein Traum Und ich habe einfach dieses ganze Zimmer jetzt gerade für mich Und theoretisch auch das und das Die sind ja beide leer Das ist so verrückt Und ich habe hier auch gestern richtig gut geschlafen Auch wenn das nur eine Couch ist Deswegen bis morgen und gute Nacht Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank